Na Leute zusammen, mich hier ist wieder Deutscher Land und euch wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um ein kleines Achievement, was wir im dritten Gebiet erwirtschaften können, und zwar im Azurblauen Gebirge. Und dort habe ich was Schickes rausgesucht, das finden wir einmal unter Erkunden und dann die Racheninseln. Und da haben wir den Erfolg, wollt ihr einen Schneemann bauen oder hier im Englischen wannabe Build a Snowman oder irgendwie so. Ich glaube, das ist auf diesen Disney-Film angelehnt. Und ja, wir müssen jetzt einen Schneemann aufbauen. Und dafür müssen wir, ich zeige es euch mal hier unten an dem See, auf den Kornaten 51, 56, ein paar von diesen Schneebällen rumrollen. Zumindest wurde mir das gesagt, ich habe es jetzt auch noch nicht gemacht. Und dann müssten wir daraus einen Schneemann bauen können. Schauen wir mal, die müssen jetzt ein bisschen rollen, dann sollten die größer werden. Ja, noch ein bisschen. Also ich habe jetzt schon zwei ausgeguckt, hier liegt einer und da liegt einer. Ich habe keine Ahnung, wie groß die werden müssen, dass man die dann aufbauen kann. Räumen wir so noch ein bisschen und noch ein bisschen. Also der ist jetzt schon halbwegs groß, oder? Ja, wohl vielleicht noch ein bisschen. Wir brauchen ja unten dann eine große Kugel. So, also den ersten haben wir jetzt schon mal ein bisschen gerollt. Jetzt rollen wir den anderen mal noch ein bisschen aus. Mir wurde gesagt, es spawnt dann noch ein dritter irgendwo. Aber ich sehe ihn tatsächlich noch nicht. Da hinten haben wir jetzt ein paar kleine Kinder. Die sind hier auch noch am Start. Und man soll sie dann anscheinend ein wenig zusammenschieben, wenn sie groß genug sind. Ich weiß zwar jetzt nicht genau, was groß genug heißt, aber wir werden es gleich sehen. Ich sollte es vielleicht nicht ins... Oh, 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 shit, der rollt ins Wasser rein. Bleib stehen! Ich weiß jetzt nicht, was passiert, wenn ich den ins Wasser gerollt hätte, aber ich glaube, das ist nicht gut. Also ich roll sie jetzt nochmal einmal da runter. Die sind jetzt eigentlich schon ziemlich groß. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das so lange dauert. Ich schaue schon immer so ein bisschen nach links und rechts, ob ich da noch was sehe. Jetzt rollen wir sie hier mal von dem Baum ein bisschen weg. Nicht, dass die mir da reinbacken. Das wollen wir nämlich nicht. Ich kicke es jetzt mal wieder ein bisschen runter in die freie Fläche. Vielleicht können wir da was zusammenbauen. Alle 20 bis 25 mal anklicken reicht. Okay, aber das habe ich ja schon easy, oder? Also ich habe die bestimmt schon öfter angeklickt. Warte mal. Ah, da hinten liegt was. Leute. Bei dem kleinen Kind. Ich glaube, ich habe viel zu oft gerollt. Schauen wir mal. Nein, 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 nein. Ich will nicht in die Richtung. Halt in die andere Richtung. Okay. Ja, ich habe vielleicht das Bällchen hier übersehen. Das kann schon ganz gut sein. So, das räumen wir jetzt hier einmal hinter. Ach komm, wieder in die falsche Richtung. So, und jetzt schauen wir mal, wie das läuft. Ich habe jetzt hier drei Kugeln liegen. Das Ding ist, ich glaube, der hier ist noch nicht groß genug. Den muss ich, glaube ich, noch ein bisschen rollen. Aber die anderen, die sollten easy passen. Jetzt klicke ich da vielleicht nochmal so zehnmal drauf. Und dann müsste das hoffentlich klappen, wenn ich den hier rüber schicke. Ah, doch, ja, hier ist was passiert. Ah, seht ihr, wie hübscher ist, mein Schneemann? So einen vergrüppelten Schneemann habe ich zwar selten gesehen. Aber es hat auf jeden Fall gezählt. Hat jetzt eine Weile gedauert, bis ich die da zusammengeschubst habe. Aber ihr seht, damit gab es den Schneemann. Ich hoffe, das hat jetzt für den einen oder anderen nicht zu lange gedauert, das Ganze. Aber ich wollte es euch zeigen mit allen Peiten, mit allen Pleiten und Pech und Pannen, die ich hier hatte. Aber damit haben wir das jetzt schief und einmal eingeheimst. Und ja, ihr seht, das hat jetzt halbwegs gut funktioniert. Da unten auf den Koordinaten 51, 55. Gut, dann sind wir fertig mit dem kleinen Video. Habt mich vor, dass ihr bei wart. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.